Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Das war ja mal letzte Folge übelst Kacke, oder? Also wir haben keinerlei Heiltrank. Ich sehe hier fast überhaupt keine Chance irgendwie zu gewinnen, aber wir suchen es trotzdem gegen dieses Viech. Oh, ich bin doch gerade nicht voll der Finger, wie ihr? Digger an dir! Fass! Jetzt, Torgall! Komm zu mir! Scheiße! Fass! Komm nicht mehr! Hey, wer hat denn gerade geschrien? Wer hat denn hier gerade so komisch geschrien? Das war aber nicht der Kleif, oder? Wo bin ich denn gerade? Ja. Und da wollen wir hin. Ja. Das Gute ist, wir sind full. Ich habe heute God of War Ragnarok aufgenommen. Und da ist ich so... Farblos gegen dieses Spiel. Torgall, fass! Da, Torgall! Fass! Jetzt, Torgall! Sie gehören dir! Schnapp sie! Hier drüben! Da, Torgall! Jetzt, Torgall! Torgall, fass! Auf! Schnapp! Oh, schnapp! Oh! Mach's da auch was? Oh, das ist nicht dein Ding! Alles oder nichts? Jetzt Torgal! Los Torgal, ich komm zu mir! Dann Angriff! Torgal, fass! Fass! Angriff! Fass! Torgal, fass! Ich glaube, mein Finger wird irgendwie steif oder so nicht. Oh, ich hab die ganze Zeit Heilträge gedrungen! Nein, Mist! Ich bin Torgal! Ich bin Torgal! Ich bin Torgal! Ich bin der Torgan! Ich bin der Torgan! Sie gehören dir! Jetzt, Torgan! Sie gehören dir! Torgan, fass! Ich bin verletzt! Jetzt, Torgan! Ich bin der Torgan. Ich bin der Torgan! Der Torgan! Ich bin der Torgan! Bin ich gestorben? Ach, ne, ich bin gestorben! Oh mein, irgendwie sind wir gerade mein Finger voll steil. Geht das wieder? Es ist wieder weh. Jetzt hat es geknackt, jetzt tut es weh. Hoffentlich war das der Einzige Ja, mich schulde ich gerade jetzt irgendwie der Daumen her Aua Gehen wir zu Mathas Rast So, hatte jemand Eigentlich soll man nach Port Isolde gehen Ich habe jetzt eben auch gedacht Ich habe die PS5 gemacht Da standen da 85% Was? Das kann doch gar nicht sein Aber es war nur von der Quest Ich bin mir noch nicht sicher Mal gucken wie deine Preise sind Ja Gut, mache ich das mal jetzt Wir gucken mal auf die Weltkarte Und schauen mal Keine Jagdziele Auch kein Jagdziel Das sind wir fertig Da müssen wir hin Hier haben wir ein Jagdziel Hier haben wir überall Jagdziele Die wurden mir doch noch gar nicht angeheftet Ich gehe nochmal schnell zurück Ans Brett So, gucken wir mal So, das war dieser hier Fratzenteufel Uns fehlt noch der hier Der Engel des Todes Ein Händler auf Durchreise Auf Cairnavant Aus Cairnavant Stieß auf eine Gruppe Fluchbrecher Die in Richtung unterwegs waren Okay, der Engel des Todes Cairnavant Alles klar, Nektar Sie hat es echt gut gelöst Nur für dich Ein Bersergering War es das? Ja Ich will mal gucken was der Bersergering macht So Der Bersergering Ausrüstung Erhöht mit jedem Perfektem Ausweichen Kurzzeitig die Kampfkraft Ja Ich muss das mit dem Ausweichen Wieder üben Achso, willst du was sagen? Ohne ein Schiff Das euch dort hinbringt Könnte Drachenhauch Genauso gut auf dem Mond liegen Okay Gut Er möchte nichts sagen Wir werden gehen Wir benutzen aber hier mal Diese Schnellreise Cairnavant Wo haben wir Cairnavant? War nicht Cairnavant Oh, hier drüben irgendwo Eastpool Hä? Not steht Hier! Okay Gucken wir mal Auf die Karte Wo könnte ich mir So einen Gegner Vorstellen Kärnavant Osttor Kärnavant Westtor Kielbrück Vielleicht da hinten Fläche unten Ich könnte mir Also das hier Ist ja schon Auf dem Weg Das ist ja schon Dahinter Hallo Spini Ich glaube wir sind hier Irgendwie falsch Hast du den denn Hingeschmissen? Da Da fängt dem Kampf zu langsam Das ist so schlimm Okay Also wir gehen mal hier weg Das da unten sammeln wir noch ein Aber ich glaube grundsätzlich Sind wir hier falsch Heiltrocken Und jetzt haben wir sogar schon Einen B-Typen umgebracht Dann muss ja der C-Typ Voll krass einfach sein Reißzahn Okay Wir reisen mal hier rüber Ich könnte mir vorstellen Dass hier unten In diesem Zipfel Was ist Oder hier Wo die andere Den anderen Massakriert hat Wir gucken mal Aber vorher Gucken wir natürlich Ach nee Es war sauteuer Also hier hat es glaube ich auch 40.000 gekostet 40.000 Aber wir haben nicht so viel Geld Where is my Geld? Ja 12.690 Am besten nicht Ich weiß überhaupt nicht Wo ich hin muss Wo bin ich? So Wie gehen wir hier raus? Okay Wie gehen wir da hinten durch das Tor? Du hast ein gutes Händchen mit der Angelrute Wir müssen da hoch oder? Also Wir gehen mal da hoch Der Engel des Teufels Der Todes Der Engel des Todes Och nee Das war ja hier unten lang Na gut Wir hoffen einfach mal Dass es hier lang ist Dass hier irgendwo das Vier ist Schöne Fahne Sonst Den reißen wir wieder zurück Sie ist aber stark jetzt hier Ja gut Ja gut Drache Drache Arvis Drache So, gut, hier ist auch nichts. Okay, dann müssen wir tatsächlich da hin. Da, um da hinzukommen. Okay, wir machen das anders. Wir gucken jetzt doch nochmal hier lang. Guck mal, dass wir einen Chocobo haben. Gut, so. Flieg, Ambrosia! Jetzt hat sie... Also, jetzt hat das aber gemobbt. Die können doch gar nicht fliegen, oder? Können die fliegen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Und jetzt hat sie... Ich habe jetzt eben gedacht, ein Chubo greift mich auch noch, das war ja die andere. Haben wir eigentlich schon in der Ecke? Ach, hier ist noch so ein Ding. Ja, und? Was mache ich denn damit? Hm. Okay, wir gehen mal hier über die Brücke. Okay, wir gehen mal hier. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein. Gut, dann ist das da unten, wo ich denke, wo es ist, aber da ist voll wenig Platz. Wir sind nicht allein. Okay, gut. Ach ja, das gibt es ja wohl nicht. Hier ist einfach so ein Ding. Gut. Hier ist immer falsch. Hm. Wir müssen da unten lang in die Kirche rein und dann da durch. Kirche. Einen schönen Tag, Sitt. Was bringt dich hier? Ich suche ein Viech. Ah, jetzt kommen wir der Sache doch näher. Oder? Ja. Aber das ist nicht der Weg nach Cairnovan. Niemand würde so nach Cairnovan gehen. Okay, ich gebe zu. Da ist eine Kiste. Aber schlagfalsch. Oh, hm. Tor der Winzer. Oder ist es hier beim Hof? Kaiser-Aue. Was gibt es im Laden? Was gibt es im Laden? Ich bin mir doch nicht sicher. Warum hast du so ein komisches 50.000? Jetzt warst du aber unverschämt. Das da ist doch Cairnovan, oder? Wann die vielleicht hier? Die sind aber auch alle stärker hier. Ich brauche sie gar nicht so gut zu gucken. Nee. 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 irgendwo ein Flugvieh, aber das ist ja gar nicht... Nee, das ist so einer. Komm, den nehmen wir auch mit. Bis zu 1,5 geht's dann hoch, gell, leider. Torgal, fass! Hier drüben! Da! Hier drüben! Knapp sie! Jetzt, Torgal! Sie gehören hier! Ja! Torgal, fass! Da, Torgal! Fass! Es kam einfach jemand dazu. Schweinerei. Ich guck mal hier wieder hoch. Ja, hm. Hm. Die Raptoren sind ja voll süß. Torgal, fass! Torgal, fass! Torgal, fass! Fass! Jetzt, Torgal! Angriff! Sie gehören dir! Torgal, fass! Da, Torgal! Torgal, fass! Steht da einer? Nee, das ist ein Baum. Ich bilde mir schon Dinge ein. Ach! Ach! Ach, die haben wir schon aufgemacht. Ach, schade! Ach, die haben wir schon aufgemacht. Okay, ich glaube, da werden wir mal zurückkehren. Wir werden einfach mal nach Portisolde gehen. Und unseren Onkel suchen. Sofern er noch nicht ins Gras gebissen hat, natürlich. Was ist denn das da vorn? Das ist sie! Oder? Sieht so aus. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss!